so weiter geht's mit mit und dem renn hier die ewig schnell teilweise so bekommt man das auto hier und dann geht es los heute melden wir uns aus dem sydney motorsportpark in eastern creek australien es ist ein grid world series event kristen worauf müssen die fahrer hier achten naja es ist eine rasante strecke es gibt eine lange gerade mit einer späten biegung in kurve eins aber wenn man das im kopf behält kann man sie aggressiv nehmen ich bin da auch schon bis ans limit gegangen so fahre ich am liebsten Alex es ist ein großartiger tag für die grid world series die nummer eins für spannende renn action machen wir uns bereit für ein fantastisches rennen drei runden zeit schätze zeit zu fahren das machen wir schon Ja, das kostet Zeit wieder, Jungen. Das ist hinterher Gefahre. Ja, ist klar. Da ist aber nicht mehr gestrichen. Ich war die Power halten. Ah, der war die Fähne so selten. Ja, das war das. Ich war meine. Ah, ich war die Fähne nicht. Even wenn ich sie das spiel. Ah, ich war die Fähne nicht. Ah, ich war die Fähne nicht. So. 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 So, jetzt dürfen wir nicht so weit rauskommen. Das war kack. Jetzt sieht man, dass es hier wird. So. So. Komm mal, das noch eins war. Ja, aber. In der letzten Runde holen wir das Ding. Gott sei Dank, irgendwie noch Kupfer geholt. Ja. Ja. Gut. Erledigt. Erste Rennen durch. Und dann geht's morgen damit weiter. Ja. Ja. Ja.